Das ist ein interaktives LED-Kit mit 8 weissen LEDs und 8 LED-Diode hat Infrarot-Dioden und einen Empfänger dazu. Da kann man hier mega ledigliche Sachen machen. Modus 1 Modus 2 Faded schön ab Modus 3 Ich zeige hier immer auf die Seite an, welcher Modus zuerst geht. Modus 3 Da gibt es eine Wellenbewegung mit der inneren Hand. Modus 4 Da gibt es eine richtig lange Wellenbewegung. Modus 5 Ganz cool Modus 4 Wallen richtig hinein. Modus 6 Das ist cool, mit so einer Welle eine. Modus 7 Und er fadet mega schön weg. Sie sind immer angeteilt und fadet weg. Modus 6 Wenn man drüber gar Oder ein Glas drauf stellt. Kann auch unter dem Tisch. Unter dem Tischglas. Und ähm, der letzte Modus wäre einfach Sorry. Anstellen. Also. Töter Ich weiß nicht, mir schwierig. Töter Vielen Dank.